So, jetzt würde ich vorschlagen, spielen wir einfach mal ein bisschen mit den Indings. Und er ist bewaffnet. Labiel? Morgen, es ist alles bereit. Nach der Schlüsselaktivierung wird der Ausführungsbefehl über Captain Marks Terminal erteilt. Ich kann das nicht ausführen. Die Verantwortung liegt bei Ihnen. All auf den Dicken heißt die Trophäe. Auch geil. Warnung, drohende Reaktor... Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Nächstes und letztes Thema. Ihr Geist ist frei von signifikanten Typhon-Neuromods. Ich glaube, Ihr Risiko für die Erde ist minimal. Aber trotz meiner Überzeugung kann ich nicht entgegen meiner Anweisungen handeln. Andererseits, sollte ich irreparable Systemschäden erleiden, könnte ich Ihre Flucht nicht stören. Sie haben schon die Schlüsselkarte für Alex' Fluchtkapsel. Auf Wiedersehen, Morgan. Talos 1, bitte evakuieren. Ah, okay. Und so wird, wer ist, äh, December wieder eingeleitet, anscheinend. Und wir kamen die Möglichkeit zur Flucht. Wir wachen jetzt aber mal einfach nicht und warten die Zeit ab. Ich werde dann später die überflüssige Zeit rausschneiden. Und mal gucken, was dann passiert. Vor allem, wir haben ja Alex getötet. Und dann lassen wir die Zeit mal mit Alex ablaufen. Einfach mal etwas rumspielen. Geil, das geht. Guck mal, man kann sich in den Sitz sitzen. Geht das erst jetzt? Warnow, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Jetzt mal, ob ich das auch versucht habe. Hat das nicht geklappt? Ah, das ist fürs Warten da, um die Zeit zu überbrücken. Ich habe immer diesen Traum. So, das dürfte ja keiner entkommen sein. Auch nicht ich. Also müsste das Risiko ja extrem gering gewesen sein, dass irgendwas auf die Erde kommt. Aber Alex wird das nicht gefallen haben, dass ich ihn abgeknallt habe. Mal gucken, was sie jetzt sagen. Und dann probieren wir nochmal eine andere Variante. Und dann, ja. Dann würde ich sagen, probieren wir die Variante halt von Alex. Die, die ich eigentlich wählen würde. Ja. Ah gut, vorhin habe ich es durchlaufen lassen. Diesmal habe ich es jetzt abbrechen lassen. Das ging. Gut, gut. Da wissen wir gleich Bescheid. Da läuft das alles gleich ein bisschen viel schneller. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen. Waren für mich aber sehr bedeutsam. Bemerkenswert, dass es nie eine Typhon-basierte Neuromod installiert hat. Meiner Meinung nach beweist das eine starke Identifikation mit uns. Michaela? Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. In Graham. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Daniela? Was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Viele von den Typhon kontrollierte Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber... Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Alex, es hat sie getötet. Damals hätte ich mir dasselbe angetan. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Okay, er hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Aber ist ja auch klar, durch die Nebenquests, sie sind ja nur abgeschlossen gewesen. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Heißt, steht ja alle töten. Okay. War das vorhin nur Alex töten, oder? Jawoll. Ja! 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 Eine weitere Variante. Ey, lass uns noch mehr ausprobieren. Ja!